Hallo zusammen! Morgen geht es los. Das erste Türchen am Adventskalender darf geöffnet werden. Ab morgen gibt es auch den Online-Adventskalender. Jeden Tag eine neue Folge unserer Weihnachtsgeschichte. Die wichtigsten Personen in der Geschichte... Ah, erstmal einen Schluck Kaffee. Stell ich euch jetzt vor. Hier wohnt Familie Odental. Und da kommen sie auch schon. Papa, Mama Odental. Da kommen Franziska und ihr Bruder Michael. Die Odentals. Und weg sind sie wieder. Dann gibt es noch ihn. Einen besonderen Papagei. Und den hier. Oh, weg ist er. Ach, habe ich fast vergessen. Da sind ja noch... diese... und diese... diese schrägen Vögel. Und sind das nicht Engel? Und hier Maria und Josef mit ihrem Esel. So, das war's für heute. Dann bis morgen. So, das war's für heute. So, das war's für heute. Und dann, dann bis morgen. Vielen Dank.